Hey Leute, willkommen zurück zu... ...Tales of Westpilger? Ja, genau. Ja, eigentlich hab ich mal den Namen gemerkt. Ich hab auch gemerkt, ob ich heute so sag's. Ehrlich, ich war kurz verwirrt, weil du nix gesagt hast. Ja, dann sei einfach weniger verwirrst und sag was. No, shit, sure, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke für den Tipp. Bitte. Immer wieder gern. Ja, offensichtlich nach rechts. Okay. Ibiza. Stirb, du Ratte! Und wenn's blau ist, halt normaler Kampf. Ich weiß. Für wen war das jetzt? Hä, für was? Für wen war das jetzt? Ja, Scherz bekommen. Achso, hab ich mir keine Ahnung. Warte, äh... Kompakt ist Scherz? Wo geh... Ja, das war's. Soll ich das ausrüsten? Ja. Halt, die physische Versteigerung ist, das denkt halt um 10. Ja, dafür ist halt der Angriff geiler. Okay, ansonsten nichts. Haben wir nichts. Also ich möchte mal schauen wegen normalen Angriffen. Gibt halt das denn nichts. Das hier ist das Neue. Ja. Die komische Form, wo ich's viel zu dumm ist, zu checken. So. Boah. Boah. Dein Griff? Boah, Alter. Das ist da nicht so. Was ist mit den super Angriffen, checke ich jetzt nicht so ganz. Aber wir müssen einfach nur, wenn er so grün angezeigt ist, müssen wir dann einfach nur bumsen und alles weg. Okay, das hat eine geile Aussage. Ich weiß. Ah, so kommt man zurück. Ja, wir müssen nämlich nach vorwärts nochmal gehen. Warum ich spawnen dieser Regenschirm die ganze Zeit wieder? Weil wir immer Dinge neu, also immer rein und raus gehen. Weil wir spawnen alles wieder zurück. Aber gemein. So, vorwärts bewegen. Was denn? So, ich mich mal in der neuen Angriff zeigen. Mach. Und wenn du auch irgendwann mal ankommst. Oh, was? Du schießt einfach Karten. Einfach die Hausverkommikgeschmissen. Was? Immer wenn man die neue Fähigkeit bekommt, wird die einen im Jahr kurz gezeigt. Ja. Und ich hab mich halt schon gefragt, was feine ist da. Aber ich hab' ich entfernen die die wieder. Du musst Schwanz. Nein, ich muss den Schwanz treffen. Was? Nein. Ich mein' hinten. Ich wollte schauen, was du meinst. Warum guckst du mich dann so an mit so nem Sassenblick? Ähm, nur so. So. Ding weg war geil. Ich glaub' die hier. Oh. 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 Triple Heap. Alter. Joga, was bekommt die für Attacken, Junge? Die bekommt nen Triple Heap. Boom. Leder Schuppenpanzer. So richtig voller Faulfreunde. Leder. Nee. Leder Schuppenpanzer. Also wir haben grad so ein komisches Geräusch gehört. Das ist gleich wie so ein Lokomotiv. Brauchst du nicht erklären, ich glaub' man hat's gehört. Ich weiß nicht, ob es man gehört hat. Kannst du mal schauen, ob vielleicht deine Altouristin bei uns passen würde? Ah! Ja, weil ich guck nach dem Kampf. Jetzt hab' ich ihn grad paralysiert. Was? Hast grad gesehen? Was wir grad, was Hund und ich grad von der Combo gemacht haben? Ja, dann kommt der und macht mich mal einen Schlag weg. Obwohl ich so nen Sprungangriff gemacht habe, der eigentlich nicht aufzuhalten ist. Geil. Meinst du bei den Weibern oder äh, bei den Frauen meine ich? Nee. Ah, okay. Du kann einem schon nur Umhänge anziehen. Aber sie halt, kann glaub' ich. Nein. Ja, okay. Doch. Er vielleicht. Ja, weil der andere Mann ist. Nö. Doch. Das ist sein alter. Das zuletzt benutzt, glaub' ich. Ne, das ist die allererste. Okay. Ne, das geht dann schon weiter, aber ich glaub' wir haben uns hier gut genug umgeschaut. Wie komm' ich hier wieder raus? Hey, benutzt mal wieder die Tür. Vielleicht hast du da was übersehen. Nutzen, alter. Weil das, äh, da erscheint es nur noch eine... Kann man nach oben? ...ding, äh, noch an der Fläche zu geben. Ah. Weil hier gibt's hier ne Leiter, die nach oben führt. Hm, doch, doch nicht. Da. Boah. Kennwort-Hinweis? Oh, ne. Ich denke, das hat was mit dem, äh, Ding ein Treppenhaus nach unten zu führen, wo ich gesagt habe, das könnte es doch jetzt sein. Treppenhaus? Ähm. Wo ich gesagt habe, dass du wieder zurückgehen musst, weil, da wegen Speichelpunkt ist doch ich... Ich würd' ja gern wieder zurück, aber ich komm' hier nicht mehr weg. Ah, doch hier. Nevermind. Wir sind einfach tatsam. Äh, nicht tatsam, sondern... Es ist einfach nur springen. Ja, voll egal. Okay, wohin muss ich jetzt? Versuch' mal, äh, hier auch mal rüber springen könnte irgendwo. Ja, hier direkt sogar. Guck' ich, das linke Gebäude hier, da war ja, äh, wie es eine Stelle mit dem Speicherpunkt. Ah, hier stimmt. Aber wer war mit dem Krenn? Ähm... So weit ist es... Das ist Lagoa. Hä? Ah, der Akhtau? Jöödel war in Lagoa. Jöödel war der Kauzok. So? Das ist wirklich... Der Krenn war für Jöödel. Der Krenn war für uns, oder? Ich weiß nicht genau, warum du auch der Krenn? Entschuldigung. Ich weiß nicht, dass ich auch nicht so einfach... Oh, okay. Das ist ein Thema von Ästel. Ich werde nicht zurückbleiben. Ja, das ist... Ich habe mich direkt nach dem Hecht gefahren. Ich habe mich auf jeden Fall geholfen, aber ich glaube, dass ich noch ein bisschen weitergelebt habe, dass du jetzt noch mitreißt. Auf ihr Leben ganz, Alter. Also ihr alltägliches Leben und halt Abenteuer. Gleich aufs ganze Leben, Alter. Klar kannst du mitkommen, du bist unsere Heiterin. Natürlich kannst du mitkommen, hä? Ja, du musst mitkommen. Ja, du musst mitkommen, wir sind sonst tot. Nee, nicht nur mit dem. Hier, hier lange. Aber trotzdem. Ja, aber die gehen uns auch irgendwann aus. Geld. Wir haben Geld. Ich hab ja fast sogar eine Million. Nicht mal Ansatz, weißte. Okay, das ist der letzte Speicher. Oh. Der letzte Speicherpunkt. Wieso haben wir so viele? Woher haben wir so viel Geld bekommen? Gefangen. Oh, stimmt. Aber das war gerade mein Safe, weil wir haben in einer Stunde so viel bekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht war das ein Monster dabei. Was ist im Casino? Wo finden wir das? Boah, geile Treppe. Erinnert mich voll auf Final Fantasy VII Remake. Und das Original. Stimmt. Ja, aber halt, ich kenn's eher aus dem Remake. Boah, warte, ich hab was oben vergessen. Ich stelle mir vor, das ist also traurig. Ach, warum haben wir neun... Wie? Was? Warum? Warum haben wir so viel Geld? Wir sind einfach rich, Alter. What the fuck? Weißt du, wir konnten aber auch noch nicht so viele Sachen kaufen, weil es einfach nicht so viele Sachen gibt, die man kaufen kann. Das ist alles trash. Wir müssen alles mit Päsentese machen. Ja. Was ist das? Wie soll ich auf einmal? Und wenn uns jetzt ein Monster eingreifen würde, könnte ich wohl dann nichts dagegen tun. So ein Romantaker. Ich kann halt nicht so mit Worten umgehen. Wer er? Oder sie? Oder halt er. Oder halt gerne mit Gefühlen. Äh, ausdrücken. Aber doch, keine Seuche. Boah, stell dir vor, bei den Kämpfen, das wir immer, ja, immer so fünf Sekunden Abschnitt in Scham bekommen. zum Beispiel oder halt die Buffs die Buffs das Code das Code das Code geil ja wir kommen nur eins von drei warte kurz ich habe wirklich keinen Bock das zu suchen ok was denn ja Moment ich würde es gerne übernehmen sogar ich merke so Erkundung alles gut ok ok was denn ich mag halt Erkundungsturn und muss es eins sammeln sogar echt? oder? nein doch nicht wie ich dachte kurz oh Gott ich muss das so machen Moment naja Mann ich muss ja Bekundung machen nein 1,2,3 das ist das ist das ist das ist das ist das ist 1,2,3 oder? weiler was das ist das ist und ich raste aus sonne vielleicht wegen und söhne da steht auf der website steht dann nicht sonne ja wahrscheinlich mal so in englischen website geschaut nein es war deutsch da stand die ganze zeit hier die hinweise sind licht sondern irgendwelche ich das nächste er weiß was ich weiß was er hat kennst du dieses dvd logo also von ecke zu ecke was nie die ecke würde ich dachte schon das kann schon die ecke es kann die ecke berühren aber es ist ja selten ne es muss einfach nur lange warten bis älter programmiert es regt dann immer auf wenn es sich die ecke berührt oder was macht die denn für ein das ist schon geil gemacht für diesen bilder aber das hat sich bisher nie überkreuzt was ist los das ist ja geil das ist der einzige spiel wo ich mich auf bossfights freue und übrigens kann ich noch mal anspringen und karl gibt es nämlich auch tales of symphonia remastered das können wir auch noch spielen das ist nämlich koop und tales of arise kann man natürlich auch noch spielen aber das ist leider single player und die anderen sind mit der copyright ziemlich krass deswegen habe ich angst die zu streamen oder aufzunehmen und deswegen ist das das ist wohl die einzigsten zwei wo ich kooper zwängen kann es ist so eine dumme stimme das ist nur mein magen keine sorge ok das ist wirklich boss falsch und die farbe wird immer stärker auf dem boden ja ich heiße es bekomme hier wenn wir wirklich so status effekt ist bekommen langsamer sind auch auch mal die monster jäger die monster hunter und sein krach Daher ist es so schön, dass es so schön ist. Oh, das stimmt. Was ist das? Karol ist auch hier, nicht wahr? Sie sind realistisch, oder? Daher ist es ziemlich tief. Das ist gut. Wir machen das so schön. Das ist nur das Wettbewerb. Das ist nur noch nicht. Wenn du dich aufhörst hast, schau dir das letzte Mal an. Wenn du dich in der Zeit verletzt, schau dir das nicht. Was? Das ist gut. Das ist alles ein Dach wo wir kämpfen werden... Dann ist es jetzt wirklich Monster Hunter. Eine Waffe schreit doch noch Monster Hunter. Oh. Oh. Ich dachte, wir haben keine Assistenz, ne? Beides. Ich würde euch schon gegenseitig schlagen, wenn irgendwie er bekannt ist, die Hauptspeise. Der heißt einfach gar nichts, aber das ist so viel Text. Oh nein. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mein Controller wurde leer, fast leer ist. Ach so. Ich bin hier. Keine Heiler. Die ist sehr gut, die ist da. Ich bin schwer. Ja, ist doch scheißegal jetzt. Immerhin sie ist dabei. Pass auf wegen deiner TP. Ja, ich mach grad jetzt nur mal an. Ach so. Jawoll. Wow. Das fehlt einfach. Obwohl ich nicht mal meine Mane gespielt habe. Ich bin nicht so cooler Basskampf. Ich glaube, das ist ja sehr eingepeilt. Ich mach's sogar ihm so unangenehm, ich mach's sogar ihm so unangenehm. Weil die die ganze Zeit doch gerade angestarrt haben. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. die 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 es ist und heute ist man da nicht mehr laufen konnte das war wo der Boss war. Die waren nicht in Treppen. Der Hochlaufen ist sogar noch viel schlimmer. Ach Mist. Und? Macht, brennt. Ja, wenn es einen geben würde. Es gibt nur... Ja, ich weiß es war schon. Na gut Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Mal bei Tales of... Wasperia. Und ciao. Ciao.